Und die haben ihm erzählt, in die Eizinen, also die haben ihn dann gefragt, ob er denn jetzt überhaupt weg kann, weil seine Bahn doch auf und ab fährt und da sitzt ja keiner drin, er hat mit Hunden in den Knopf und dann fährt die Bahn los. Ja, ja, jetzt sind alle doch unten und da oben wohnt zu dieser Jahreszeit sowieso kaum jemand. Zum Thema Alpen gibt es natürlich sehr viele Geschichten. Und egal ob ihr hier im Erstmord unten an den Agar, oben an den Goms oder innen an den Hurtmattal seid, die alten Walliser Geschichten werden sich immer sehr ähneln. Und warum? Ob das Wallis katholisch ist? Und warum? Und warum? Vielen Dank.